Kreos präsentiert Karten, die ihre Wert verändern Beim Smarty von Kreos beherrscht ihr diesen Zaubertrick gerade wie den Energieverbrauch und die Energieproduktion an ihrer Wohnung Wir werden euch einen Zaubertrick weisen den ihr Karten transformiert Holt ein Kartenspiel Weisst die drei Echtkarten und dreht sie um Lädt die drei Karten dann auf den Tisch Schnippst mit den Fangen Für die Magie an euch zu überdrehen und dreht sie um Sie hat sich transformiert Wird ihr verstehen? Nein? Wir erklären euch diesen Trick mit einem klassischen Kartenspiel Wählt sechs Karten aus Holt ihr euch drei Karten, heute drei Essen Er lädt sie oben auf den Spiel an dem es der kleine Sput mit dem Fangen los Dunno lädt ihr die einer drei Karten oben auf den Spiel So könnt ihr das drei Kartenwert ihrem Publikum weisen Wenn ihr das Karten umdreht dreht ihr wirklich die sechs Karten an Wenn ihr dann zum Schluss die drei Karten weisst wer dann automatisch die drei Essen im Park leidet Der letzte Obdach erschnippst mit den Fangen für die Verraschung Voila! Immerhin so einfach wie Smärti Für alles über die Magie vom Smärti Gewurzen gehen servet ihr auf smärti.kreos.net Geht euch dir Fan vom Smärti auf dem den